Das Summer Game Fest liegt hinter uns und wir haben unglaubliche Spiele-Ankündigungen zu sehen bekommen. Mein persönliches Highlight war selbstverständlich das Xbox Games Showcase. Microsoft hat uns gezeigt, was mit der Marke Xbox erscheint, was in den nächsten Monaten, aber auch im Jahren erscheint und wie steht es um diese Spiele, die von diesen großartigen Entwicklern überhaupt entwickelt werden. Da haben wir neues Gameplay bekommen, wir haben neue Bilder zu sehen bekommen und es war wirklich großartig. Über eins dieser Spiele möchte ich heute genauer sprechen und zwar über Starfield. Bleibt dafür gerne am Start. Moin Moin, willkommen auf diesem Kanal. Mein Name ist André, ich bin Xbox-Content-Creator auf dieser Plattform und leite den Kanal Zäuserix, auf dem ich euch denn mit Xbox-Themen auf dem Laufenden halten möchte und zukünftig reden wir sehr viel über das Open-World-RPG, das ambitionierteste Rollenspiel aus dem Hause Bethesda, Starfield. Also, wenn das Themen für dich sind, dann bleib gerne mit einem Abo am Start dabei. Starfield, das ambitionierteste Rollenspiel, was Bethesda jemals entwickelt hat, so zumindest die Aussage auch von Todd Howard selbst. Starfield ist das erste neue Universum von den Bethesda Game Studios in über 25 Jahren und in diesem Next-Gen Open-World-RPG eben von den Machern, die bekannt sind für die Spiele wie Bielder Scrolls Skyrim oder auch im Fallout 4 reißen wir im wahrsten Sinne des Wortes zu den Sternen. Wir begeben uns auf ein komplett neues Abenteuer, erkunden neue Welten, bauen unser eigenes Raumschiff, erstellen einen Charakter und lassen uns einfach komplett auf diese neue Welt ein. Was ihr über Starfield wissen müsst, bevor ihr eben dieses Spiel vorbestellt oder in dieses Spiel rein startet, das erfahrt ihr jetzt in einer Reihe von News rund um Starfield. Wie für ein Open-World-RPG üblich, werden wir auch in Starfield unseren eigenen Charakter erstellen können. Wir wählen aus einer Reihe von vorgefertigten Gesichtern aus und können diese dann bis ins kleinste Detail verändern. Diese Gesichter, die hier zu sehen sind, sind eben eingescannte Gesichter von Bethesda selbst, also es sind echte Menschen, die eingescannt worden sind, die Gesichter, und die wir dann im Spiel verwenden können. Auch nebenbei sei vielleicht nochmal erwähnt, dass alle Charaktere im Spiel selbst mit solchem Charakter-Editor erstellt worden sind, so zumindest die Aussage eben von Todd Howard. Sollten wir dann unseren Charakter erstellt haben und zufrieden sind mit dem, was wir da aufgebaut haben, wählen wir eben den Hintergrund, den dieser Charakter haben soll. Und je nach Hintergrund hat unser Charakter dennoch verschiedene Bonis. Selbst wurde auch gesagt, dass wir dadurch in verschiedene Missionen, verschiedene Optionen im Spiel bekommen werden. Wie sich das Ganze allerdings dann im fertigen Spiel komplett auswirkt und auf was für eine Dauer, das muss ich dann erst noch zeigen, da kann zum aktuellen Zeitpunkt halt nichts zugesagt werden. Das Starfield, eben ein sehr ambitioniertes Projekt ist, zeigt auch die Möglichkeit, die uns dieses Spiel dann eben bietet. Und zwar können wir eben tausend Planeten erkunden. Das ist einfach mal eine gigantische Zahl. Wir können das dann in der Ego-Perspektive machen oder eben in der Third Person an sich. Also eben, sprich, wir sehen unseren Charakter. Diese tausend Planeten unterscheiden sich dann logischerweise in ihrer Art und Weise, wie sie kreiert worden sind. Denn nicht auf allen ist Leben möglich. Einige bieten uns einfach schlichtweg nur Ressourcen, die sind nur zum Sammeln da. Aber wir gehen da drauf, das kann ein Wüstenplanet sein, das kann einer, wo viel Fels und so weiter, viel Stein und so weiter ist, eben sein. Aber es gibt auch Planeten, die eben, naja, tolle Biome haben. Nämlich, also es sind alle unterschiedlich in ihren Biomen und einige Planeten sind eben auch dabei, wo das Ganze denn eben halt so aussieht. Das würden wir auf Pandora oder eben im Jurassic Park oder so sein. Also es kommen Dinosaurier da entgegen. Es ist alles sehr viel grün, es gibt sehr viel so zu erkunden. Man fühlt sich schon sehr wohl dann auf solchen Planeten und die laden dann auch zum Erkunden ein. Im Hintergrund arbeitet denn ein Mechanismus, ein cleveres System, das diesen Planeten, also die Ressourcen auf diesem Planeten, was es da zu entdecken gibt, dann halt uns zur Verfügung stellt, beziehungsweise dann implementiert, sobald wir als Figur, als Charakter mit unserem Schiff immer auf diesem Planeten landen wollen. Sind wir dann eben gelandet, greift dieses System und versteckt dort immer auf diesem Planeten verschiedenste Dinge, die wir halt entdecken können. Das ist so unterschiedlich und so clever halt gemacht, dass man, wenn man zum Beispiel Tipps und Tricks Videos macht, das ist nicht unbedingt der Fall sein muss, dass wenn ich auf Planeten X etwas finde, an der und der Stelle, dass bei euch genau das gleiche ist. Das ist nämlich dann eben verschieden, das System macht dies dann immer wieder unterschiedlich. Wir können nicht vom Weltraum aus direkt auf diesem Planeten halt landen. Und dafür wäre einfach zu viel Rechenleistung notwendig gewesen, beziehungsweise dafür ist eben die aktuelle Generation, die wir haben, nicht ausgelegt und auf dem PC dann auch nicht. Man wollte dort dann eben Sachen sparen und hat sich dann halt für eine Art Schnellreise entschieden. Also man geht praktisch vom Weltraum, fliegt diesen Planeten an und gibt dann durch eine kleine Zwischensequenz, landet man dann eben auf diesem Planeten. Sind wir dann eben auf diesem Planeten angekommen, also haben wir den Planeten für uns entdeckt, dann können wir da unsere eigene Basis aufbauen. Wir kreieren da halt alles so, dass wir uns auf diesem Planeten aufhalten können, diesen Planeten erkunden können. In diesen 1000 Planeten muss es nicht immer so sein, wie ich bereits erwähnt habe, dass dort im Leben sind besteuertet. Man trifft nicht bei 1000 Planeten immer wieder auf Charaktere, sondern man hat sich hier eben gesagt, man hat vier große Hauptstädte, die man den Spielern entgeben möchte, zum Erkunden. Das sind vier große Hauptstädte, auf diesen Hauptstädten ist dann eben auch Leben möglich. Das heißt, wir treffen Charaktere an, die uns Missionen geben, die uns Quests geben und wir haben verschiedenste Möglichkeiten, um unsere verdienten Credits halt auszugeben. Aber dazu einmal ein bisschen mehr. Wir haben vier große Hauptstädte, wie bereits erwähnt und eines dieser großen Hauptstädte ist dann im New Atlantis. New Atlantis ist dabei die größte Stadt, die die Bethesda Game Studios jemals entwickelt haben und es ist eben Dreh- und Angelpunkt auch unserer Story, denn diese Stadt hat eben die Fraktion The Constellation. Und wie wir bereits aus dem Gameplay-Trailer wissen und aus dem Gameplay im Allgemeinen wissen, werden wir dieser Constellation, also dieser Fraktion halt später im Spiel beitreten und sie bezeichnen sich selbst als die letzten Weltraumforscher. New Atlantis ist dabei die mächtigste oder der Dreh- und Angelpunkt, die mächtigste Stadt, wenn man so möchte, die politischste Stadt, die wir da im Spiel haben. Und es ist, wie gesagt, dann auch die größte. Das heißt, wir werden dort eben die verschiedensten Rassen antreffen, die wir dann im Spiel so finden können. Wir werden hier die verschiedensten Quests bekommen und wahrscheinlich auch mehr über das System wissen, mehr über verschiedenste Planeten erfahren, denn da werden wir unsere Quests bekommen. Da werden wir Dinge erfahren, wo wir dann vielleicht als nächstes hinreisen sollten oder wo wir auch die verschiedensten Dinge eben halt bekommen werden. Als nächstes hätten wir bei diesen fünf Städten eine zweite Stadt und zwar Neon. Neon wurde dann auf einer Fischer-Plattform errichtet von der Xenofresh Corporation. Und hier muss man sagen, es ist nicht nur irgendeine Fischer-Plattform. Man hat sich natürlich zuvor immer darauf aus der Wasserwelt halt ausgelassen, den Fisch gefangen und den dann eben verkaufbar, den Rassen, Menschen, Massen, die dann halt aus aller Welt zusammengekommen sind. Doch eines Tages entdeckte man dann eben einen besonderen Fisch mit, ja, Psychotropen-Eigenschaften. Und daraus wurde dann eben eine Droge gewonnen, die sich Aurora nennt und mit dem die Bewohner fortan da dann jetzt ihr Geld mitmachen können. Das Ding ist allerdings, dass diese Droge nur auf dieser, also in dieser Stadt halt legal ist und nun kommen die Reisenden halt zusammen und wollen von dieser Droge eben kosten. Wie sich das Ganze dann letzten Endes im Spiel auswirkt, was das für einen Effekt auf uns hat, da konnte ich bisher noch nichts drüber herausfinden. Würde das natürlich alles nachreichen, aber wir werden noch allgemein eine sehr detaillierte Sache halt von den einzelnen Fraktionen, den einzelnen Städten dann nochmal separat machen. Hier ist das dann eher eine, ja, grobe Zusammenfassung. Die letzte Stadt, über die ich sprechen kann, ist dann einmal Aquila City und das ist die Hauptstadt des Freestar-Kollektivs. Dabei handelt es sich im einen, ja, lose Konföderation dreier Sternensysteme und die Bürger glauben hier eben persönlich an die Freiheit und die Individualität. Das Ganze, oder die ganze Stadt, die ähnelt so ein bisschen dem Red Dead Redemption-Feeling, zumindest sieht das Ganze halt so westernmäßig aus. Und unser Charakter hat ja hier dann auch eben die Kleidung angenommen, also wir gehen nicht die ganze Zeit, sind wir nicht in diesem Raumanzug unterwegs. Die Stadt selbst befindet sich dahinter hohen Mauern, denn um die Menschen zu schützen vor wilden Biestern oder eben eine Kreuzung aus, ja, Wolf und Veliziraptor. Das Ganze sieht sehr verrückt aus, sieht aber auch alles im Hintergrund. Da sollen die Menschen dann auf jeden Fall geschützt werden. Das Starfield ein sehr ambitioniertes Projekt ist, sollte mittlerweile auch wirklich jeder wissen. Denn seit der Starfield direkt wissen wir auch, mit was einem Beleuchtungssystem Starfield arbeitet. Und zwar nutzt Starfield ein komplett neues Beleuchtungssystem, nämlich Global Illumination. Dieses Beleuchtungssystem ist so aufgebaut, dass die Lichtverhältnisse der Planeten komplett unterschiedlich ablaufen. Nämlich je nachdem, wie dieser Planet zum Beispiel zur Sonne steht, arbeitet das Licht auch komplett anders auf diesem Planeten. Das ist wirklich sehr krass und das benötigt natürlich ordentlich Rechenleistung. Und diese Rechenleistung hat eben auch seine, ja, seine Kosten, sage ich jetzt mal. Und die Kosten sind hier, so wie Todd Howard in einem Interview mit IGN verraten hat, dass dieses Spiel auf den Konsolen nur mit 30 Bildern pro Sekunde laufen wird. Hier war es den Entwicklern halt sehr wichtig, dass der Detailgrad des Spiels, die Darstellung des Spiels erhalten bleibt. Und das dann eben zum Lasten der Frame Rate, dass diese dann halt eben runter geht. Es melden sich auch schon diverse andere Entwickler zu Wort, beziehungsweise zuletzt habe ich eben einen Beitrag gesehen, dass sich ein Entwickler von den Sony, von den Santa Monica Studios, die, die eben für God of War verantwortlich sind, zu Wort meldete. Also, dass man hier halt, also, dass es nicht auf Kosten des Spiels und dieses Spiel deswegen jetzt irgendwie schlechter ist, sondern man sich hier eben für einen anderen Weg entschieden hat. Und ich persönlich muss sagen, es ist, glaube ich, auch alles, es wird gerade alles ein bisschen schlimmer dargestellt, als es letzten Endes ist. Denn wenn es jetzt wirklich stabile 30 Bilder pro Sekunde sind, die wirklich konstant gehalten werden, dann werden wir dies nicht als Ruckeln empfinden. Man wird dies als Ruckeln wahrnehmen, wenn man einen Wechsel hat bei Spielen zum Beispiel, also, wenn man jetzt ein Spiel hat, das mit 60 Bildern pro Sekunde spielbar wäre, man in diesen 60 FPS-Modus reingeht und dann auf 30 Bilder pro Sekunde halt wieder wechselt, dann merkt man, dass diese 30 Bilder pro Sekunde halt ruckeln. Wenn man aber konstant diese 30 Bilder pro Sekunde spielt, dann wird einem das später gar nicht mehr auffallen, dass ich 30 Bilder pro Sekunde spiele. Denn Starfield ist ja jetzt nicht nur ein Only-Shooter, also man hat ja auch wirklich diverse Aspekte in diesen Spielen, es greifen verschiedene Mechanismen ineinander und es ist jetzt nicht nur ein Shooter a la Call of Duty, wo man jetzt sagen muss, hier kommt es wirklich komplett auf die Schnelligkeit an. Über das ganze System, das ganze Kampfsystem, da werde ich in einem separaten Video aber nochmal was zu sagen, ich glaube, das ist da dann besser aufgehoben. In Starfield merkt man dem Spiel an, dass es so ein bisschen an No Man's Sky angelehnt ist und zwar bauen wir auch Ressourcen mit Hilfe von einem Laser halt ab, halten den Laser auf Dinge drauf, bauen die Ressourcen ab und kassieren sie dann halt. Da sieht man dann halt die Parallelen, meiner Meinung nach, zu No Man's Sky. Ihr merkt selber also am Hand von meinem Video jetzt, dass Starfield wirklich sehr umfangreich ist und natürlich lässt es sich dort noch über diverse Dinge sprechen. Ich möchte diese diversen Dinge aber in weiteren Videos abhalten, denn wird dieses Video nicht zu vollgepackt sein und wir können detaillierter und genauer auf einzelne Aspekte des Spiels dann eben eingehen. Aber ein paar Worte möchte ich dann dennoch verlieren. Die Story von Starfield ist ungefähr 30 bis 40 Stunden lang. Hier geht es aber wirklich rein um die komplette Hauptkampagne, also die Story verfolgt man jetzt nur die Storycrest. Keine Nebenaufgaben, hält sich nicht besonders lange auf dem Planeten auf, folgt auch nicht allen Planeten oder schaut sich nicht alle Planeten an, beschäftigt sich nicht zu sehr mit dem Schiffsbau oder mit dem Aufbau von Basen. Hier geht es wirklich rein um die strikte Story. Die wäre dann im 30 bis 40 Stunden lang, weil ich ganz normal finde. Im Weltraum ist es uns dann möglich, auch Schiffe halt, also den Piraten rauszulassen. Schiffe, die wir dann eben in einem Kampf gehen, die wir dann eben betreten können, die können wir dann eben auch stehlen. Dann möchte ich nochmal mal ein paar Dinge sagen, also abseits von diesem Schiffsbau, den ich gerade angesprochen habe. Starfield hat ungefähr 252.953 Dialogzeilen. Im Vergleich Skyrim hat zum Beispiel 60.000 gehabt und Fallout 411.000. Also es ist eine ganze Menge, was wir dort an Dialogzeilen haben. Natürlich muss man auch dazu sagen, sind da bestimmt viele Dialogzeilen da, wo man sich denkt, möchte ich überspringen, brauchen wir nicht. Im Spiel selbst wird es eine Art Magie geben. Das haben wir in der Starfield direkt in dem intensiven Gameplay-Trailer halt gesehen, dass man dort halt die Hand hochgehoben hat und plötzlich war alles schwerelos. Also irgendwas wird dort auch mit der Magie dann halt zu tun haben. Das finde ich persönlich eigentlich eine ganz coole Sache, wenn man da so ein bisschen, ja, von weg geht. Die Waffen, die wir dann eben haben, die sind dann eben auch alle anpassbar. Also da können wir wirklich auf die diversensten Dinge drauf eingehen. Das einmal so, hierzu Starfield erscheint dann am 06.09.2023 für die Xbox Series X und S und eben dann für den PC. Das ist jetzt so meine Sache zu Starfield dann im Gewesensein. Wir werden dann in weiteren Videos halt noch genauer auf einzelne Punkte eingehen. Das ist so dieses erste Video bei einer Reihe von vielen Videos. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns in dem nächsten Starfield-Video oder in dem Xbox-Video. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht's gut, euer Zeus. Das ist jetzt so ein bisschen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bei mir hör auf jeden Fall. Ich kann auch was hier hin schau. Bis zum nächsten Mal. 波el Vielen Dank.